Ja, hallo Leute, in diesem Video gibt es ein ganz besonderes Unboxing und ja, was es gibt, könnt ihr oben im Titel lesen und weiteres dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wie ihr im Titel lesen könnt, gibt es ein Unboxing von einer ganz besonderen Apple Watch und zwar der Apple Watch Edition. Nein, Spaß, es gibt kein Unboxing von der Edition, aber es gibt ein Unboxing von einer, ja, Edelstahl Apple Watch, die vergoldet wurde. Ich habe die mit dem Gliederarmband, die gibt es eigentlich auch gar nicht als Edition zu kaufen, aber ich habe sie jetzt mit 23 Karat Gold und ja, schauen wir sie uns an, los geht's. Hier sehen wir dann auch gleich schon Apple Watch. Wie ihr sehen könnt, ist das die ganz normale Verpackung der Apple Watch, der normalen Apple Watch. Ja, hier haben wir dann auch die Box liegen, das ist wie gesagt die ganz normale Apple Watch Edelstahl Variante und wie wir sehen, ist das die Watch mit 42 Millimetern und eben mit dem Gliederarmband und das eben mit 23 Karat vergoldet. Ja, wir können dann hier oben die Box anheben, dann haben wir hier eben nochmal die Box, wo die Apple Watch drin ist, die Aufbewahrungsbox, können wir erstmal beiseite legen und dann haben wir hier ein kleines Booklet mit Design bei Apple in California mit Hinweisen und nochmal hier was für das Armband. Ja, und dann haben wir hier ein Netzteil zum Aufladen und wir haben, wie bei jeder Apple Watch, eine magnetische Ladestation, aber bei der Edelstahl Variante haben wir hier eben ein Ladestecker mit Metall. Ja, dann kommen wir jetzt mal hier zur Box, wo die Apple Watch sich drin befindet, die ist nochmal in Plastik eingepackt und dann sehen wir auch hier schon das wunderbare Apple Logo drauf. Ja, und dann können wir das Ganze hier auch aufmachen, die schöne Box und ich sehe sie schon, sie sieht richtig, richtig geil aus, die Apple Watch. Und ja, dann zeige ich sie euch mal. Und wer mir jetzt erzählt, die sieht nicht geil aus, der hat einfach keinen Geschmack. Wenn wir sie uns anschauen, die 23 Karat Vergoldung, sieht wirklich wunderbar aus, das Armband ist auch wunderschön vergoldet und die Präsentation hier drin ist auch einfach wunderbar, sieht richtig schick aus und schauen wir uns jetzt mal die Uhr ein bisschen genauer an. So, dann nehmen wir jetzt mal die Uhr hier raus, da haben wir dann noch einmal so ein Teil, das die Uhr in ihrer Form behält. Dann können wir das hier auch wegtun und schauen die Uhr uns genau an. Ja, dann sehen wir hier die wunderschöne 23 Karat vergoldete Apple Watch mit Gliederarmband. Das sieht wirklich wunderbar aus, wirklich eine sehr, sehr geile Uhr. Und das war es jetzt erstmal mit dem Unboxing. Dazu wird noch ein Review kommen und auch von einem Vergoldungsservice wird ein Review kommen. Ich möchte mich auch nochmal bei Watch4Gold bedanken für die Uhr. Sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Schaut mal in die Beschreibung, da habe ich einen Link zu der Seite von denen, falls ihr eure Apple Watch vergolden wollt. Und ja, dann war es das mit dem Video. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Uhr findet. Ich finde sie einfach nur abnormal geil und kann es kaum erwarten, die zu benutzen. Und falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und falls ihr mehr von dieser Uhr sehen wollt, könnt ihr da unten auf Abonnieren klicken. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.